sag mal kommst du mit zum konzert kommst du morgen zur karnevalsparty ich weiß nur nicht was ich anziehen soll möchtest du dass wir heute abend zusammen essen ich werde etwas kochen hast du nach der schule lust auf ein eis ich habe eine bessere idee warum gehen wir nicht ins schwimmbad hast du dann zeit leider kann ich nicht um 18 uhr aber wir können sicher auch um 20 uhr ins kino gehen was meinst du ja das geht okay wir treffen uns um viertel vor acht leon möchtest du dass wir heute abend zusammen essen ich werde etwas kochen janin das finde ich nett von dir was gibt es ein gutes schnitzel mit pommes und ein salat dazu oder ein hähnchen also eigentlich esse ich kein fleisch oh entschuldigung das habe ich vergessen wie wärs mit fisch was hältst du davon das ist super ich komme dann so gegen 20 uhr ich bringe etwas süßes für nachher mit einen käsekuchen bitte ganz schön warm heute stimmt hast du nach der schule lust auf ein eis ich habe eine bessere idee warum gehen wir nicht ins schwimmbad da können wir auch eis essen klasse idee niklas vielleicht spielen wir auch fußball da gibt es doch auch einen kleinen fußballplatz oder dann laden wir auch leo und max ein was meinst du ja dann haben wir mehr spaß hallo frank was machst du heute nach der schule vielleicht spiele ich ein bisschen eine playstation ich möchte ein neues spiel ausprobieren das ist doch langweilig gehen wir doch lieber ins stadion heute ist ein super spiel vfb stuttgart gegen bayern münchen gute idee das wusste ich nicht morgen gehen wir tennis spielen ok